Die Proben fühlt sich irgendwie seltsam an. Es tut gut, endlich aus der Natur rauszukommen. MET, vier Tage, 13 Stunden, 48 Minuten, Commander Nathan Walker. BOT Mission Report 3, Charlie. Erster Tag, EBA-1 abgeschlossen. Ich hab Kohliab. Was steht auf der Speisekarte? Karotten oder Erbsen? Ich hab kein Karotten. Nein, du kriegst Erbsen. Perfekt. Ich bin mächtig stolz auf euch Jungs. Aber wie seht ihr euch gut da draußen? Das weißt du. Ich krieg ne Menge Geräusche auf dieser Frequenz. Mal sehen, ob ich sie isolieren oder bereinigen kann. Warte. Astronaut Ryan Anderson fliegt mit seinem Leben durch den Weltraum. Schatz, was tust du da? Ich spiele mal, aber nicht mit den Sachen von deinem Tät. Hey, jetzt lass uns auf. Sorry, Dad. Ich spiele lieber aus, als ich, weil ihr Friseur abgesagt hat. Stan und Gene sind schon da und nichts ist vorbereitet. Also biete ich mich, um die Chili-Schuppen zu schnippeln. Kurz darauf bin ich im Bad. Und pinkel mit dem Chili-Zeug an der Hand. Und als nächstes bringt mein bestes Stück wie Feuer. Ich bin also im Bad und brülle vor Schmerzen. Haben sie dich gehört? Oh, klar. Klar, hören Sie das. Und Stans Frau, Bekantenschwester, schickt mich zurück ins Bad. Mit einem Becher Milch. Schneid halt mal die Luft an. Du willst mir doch nicht erzählen, du hast deine Eier in einem Glas Milch getrunken. Hey, mach das nicht runter, es funktioniert. Ein zillisch roten Schmerz. Wie kann es sein, dass du die Geschichte noch nicht gehört hast? Lebt Beverly wieder in Miami? Ja, soweit ich weiß. Ist dir klar, dass sie sich von dir getrennt hat, weil du schnarchst? Ich schnarche nicht. Endlich. Jedes Mal. Alles in Ordnung, Benni? Ja, alles in Ordnung. Hast du den Kopf gestoßen? Geh da mal. Dein Kopf ist groß. Danke für die Ausarbeit, Jungs. Großartiger erster Tag. Wir sehen uns hier in den Börsenfest. Und jetzt ein Schlaf. Gute Nacht für die Schotenschwanz. Ich esse doch nicht, dass sie ein Zeug.